Willkommen zurück zu Professor Plays Fallout, der finale Hausfriedensbruch. Oh yeah. Also jetzt, rennen die da alle schon rein? Ah nein, die klippen durch die Tür durch, okay. Also wir haben zwei Brotherhood-Paladine, einmal mit Raketenwehr, einmal mit Crack Assault, also er nimmt Crack und hat eine Minigun und hat 50 Lebenspunkte und das Infiltration Team mit Sperren von den Followern. Obwohl auch immer die gut sein sollen. Und wir haben einen Gatling Laser, viel Munition und keinen Kaugummi und ihr wisst, was das heißt. Ah, wir haben noch die Puls-Granaten. Hab grad was sehr interessantes nachgelesen. Wie, tun die was gegen Power, einmal leicht? Äh, nein. Aber was gegen den Master? Das wundert mich nicht. Wir haben den Master eh schon gesehen, so. Ja. Da hinten ist ein Knight-Kean, okay. So, das heißt, fast. So. Karate-Job. So, das heißt, wir werden es ein bisschen aufräumen müssen hier. Oder wir gehen einfach zum Staircase. Aber... Ich hoffe sehr, dass die Brotherhood-of-Steel-Paladine... ...wam-brissi... Okay, Katze, schreckt direkt. Ich fand für dich super, wie unsere Scouts gleich beginnen, irgendwelche random Leute anzugreifen. Okay, also der Raketenwerfer Paladin wird das nicht lang machen? Nö. Ah, jetzt wir kümmern uns um den einzigen Gegner hier, der relevant ist. Den Hund da drüben. Äh, wir müssen uns hier auch in der Ecke verstecken, offensichtlich. Also die Subtilität unseres Angriffs ist... Ja, ja. Ähm, auf wen wollte er überhaupt schießen? Keine Ahnung. Okay, der Chanta hat gerade den Speer verloren, den er irgendwie abgenommen hat oder so. So. Ups, Tan was hit instead of you. Katja nimmt schon Schaden, wo auch immer sie ist. Ich glaube da... Der Brotherhood Paladin macht das, was am besten kann. Unbewaffnete Leute... ...mit einer Miniguner schießen. Ähm, Chill Child wird ein Attitude, ja. Erster Follower aus Gow und Dawn. Und ich renne da jetzt weg, weil ich möchte nicht den Raketenwerfer-Heater abkriegen. Okay, ich habe gerade nachgelesen... Wir haben jetzt gerade eh Zeit, ja. Was haben wir bei der Brotherhood of Steel verpasst? Ich snack dabei noch. Nichts. Irgendwie... Du müsstest dann bitte nachher nachschauen, weil... Anscheinend solltest du diese Option bekommen, sobald du die Best anbekommen hast. What? Äh... Der Headscribe soll einem das geben können, das Olotape geben können, wenn man ihn... Wenn man die Quest Destroy the Mutant Leader hat. Ich bilde mir ein, das ist das, was wir gekriegt haben vom... Moment! Wir hätten... Wir hätten... Ich glaube wir hätten zum Bunker zurückgehen müssen. Aber ich glaube für das Good Ending haben wir eigentlich genug Speech, oder? Ja... Es ist wirklich der... Du meinst damit nur das Good Ending, wo... Äh... Endet's nicht eigentlich jemals? Immer gleich? Er hätte das weniger lang kämpfen müssen Ending. Achso... Nein, aber ich glaube wenn du... Kann da gerade nicht durch den Türrahmen durchgehen? Danke. Okay... 3... Ah... Vielleicht noch wenn es wirklich irgendeine grob glitchy Sache gewesen wäre, aber so... Ja, retten wir unsere NPC und wir können... Spannende RPG Kämpfe... Ja... Dann fällt übrigens fest, die Hälfte der Follower Scouts hat es nicht geschafft, Leute, die mit... Leder und... Klingenwaffe... Also Messern und Sperren bewaffnet sind zu erledigen. Ich meine, sie haben selber nicht viel mehr, aber... Ah... Haben wir schon einen Charakter namens Gideon umgebracht? Gideon... Oder... Lucy... Vigem... Mo... Mo... Kommen die nicht vielleicht erst weiter unten drinnen? Okay, wir haben es jetzt mal geschafft hier alles... Okay... Ah nein, es ist sogar noch einer gestorben. Sorry... Ah... Das ist hier unsere neue Companion. Da haben wir schon gefragt, wo ist das? Was, Katja? Ja... Kommt meine kleine... Unsere kleine Armee... Die... Jetzt alle wegrennen werden. Die Steam Packs glaube ich dann auch aus dem... Goa... Irgendwo da ist der Super Mutant... Symbols haben wir schon. Also man merkt... Das Spiel toleriert, Sequence Breaking sehr gut. Aha... Okay, wir können ja keine dritten Gatling Laser mitnehmen, aber... Ah, come on... So viel... Haben wir so... Nein, wir haben Stärke 10... Inventory... Ah, ja... 275... Okay... Schlimmste, was müssen wir noch hier wieder kommen... Gut... So... Wir könnten den Katja geben... Ich glaube, du darfst nicht vergessen... In einem Spiel, wenn die Leute die Animationen nicht haben, dann können sie nicht Waffen verwenden. Ah... Okay... Ah... Danke... Guards... Guards... Bring ich dir gerade einen Laser zu einem... Gatling Laser Fight? Ich glaube, er hat eine normale Pistole, aber... Nein, das Geräusch war... Go Rocket Launcher Dude! Also eine Rocket Launcher... Fuck... Ich habe gerade einen Rocket ins Gesicht gekriegt... Was hat mich da erwischt? Nein, bist du nicht getroffen worden! Mich in real life! Ich habe keine Ahnung... Ich habe gerade irgendwas ins Gesicht gekriegt... Ich habe keine Ahnung... Wo war es? Irgendein Deppertes Insekt oder so? Flieger! Das war ein bisschen High Impact dafür... High Impact Fly? Nein... Und ein Thutbug vielleicht... So... Ich glaube, wir stehen da ein bisschen blöd... Ich glaube, Raketenwerfer Dude steht ein wenig blöd... Der hat sich aber inzwischen irgendwo geheilt, oder? Die haben sich auch alle geheilt! Haffe ich noch in diesen Raum rein? Danke! Was haben wir eigentlich die Zentaurern in Fallout 1 mit... Außer nicht? Ah... Die gibt es in verschiedenen... Die haben halt so wenig Lebens... Ich speichere sicher selber, damit wir da nicht ausgesperrt werden... Au... Mein Auge brennt da wirklich! So, da könnte man eine Rope kriegen... Okay... Ein Bunker! Ja, es stellt sich nämlich heraus... Essentiell... Dass das der... Testbunker ist, glaube ich, oder? Also der Vault-Demo-Bunker... Das ist direkt enttäuschend, dass du das überlegst... Ja... Danke! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Danke... Raketenwerfer Dude! Ah... Er hat Katja umgebracht! Arme Kat... Ja... Es gibt's ja nicht! Es gibt's ja nicht! Das ist gefährlichste an einem Super-Mutanten ist, dass sie zu uns rennen... Danke... Raketenwerfer Dude ist... Ja, Craig... Craig Assault... Paladin... Mit sehr viel Crack... Du musst schnell was wegstellen, bevor die Katzen auszucken... Okay... Ich bin schon wieder da... Ich bin schon wieder da... Irgendwie fürchte ich fast um meine Hit-Porn-Sache, wenn ich mir das anschaue... Das sind meine Steam-Packs... Das war alles nur wegen dem guten Craig Assault Paladin... Also... NPCs mit Heavy Weapons sind... Also im 2.1. Man nimmt... Man sorgt dafür, dass die... Man sollte dafür sorgen, dass kein eigenes Party-Member eine Mini-Gun hat... Gut, bye Katja... Oder ein Raketenwerfer... Katja hat so useless... Gelebt, wie sie gestorben ist... Oder so irgendwie... Hat man sich ein Plasma-Rifal... Okay, wir wissen... Ein Plasma-Rifal... Ein Gatling-Naser kriegt man hier auch... Warum haben wir das eigentlich das letzte Mal so gestresst? So... Weil ich unbedingt noch einmal den... Die Death-Animation vom Lieutenant sehen wollte... Point-Taken... So... Ah... Apropos... Wir haben noch ein paar Locks, die wir in der Military Base gefunden haben... Was war... Lock-Pickl nochmal 2... Easy... Jetzt haben wir hier... Einen Bag... Seins war 7... 1... Sind nur Dico... Ist ja auch nur die... Äh... Probe Vault... Sind wir... Bin ja froh, dass wir in diesen kleinen... Fangen Elevator... Nicht mit... Drei Leuten in Power Armor... Und vier Zusatzleuten stehen müssen... Genau... Was finde ich Sophias Tape? Okay, ich habe jetzt noch... Ein paar Sachen zum Zusammenfassen... Wir haben in der Militär-Pass noch ein paar Tape gefunden... Und das muss gleich von der Brotherhood sein... Ja... Ich werde das kurz zusammenfassen... So... Das ist der Brotherhood of Steel auf der Cursed Base... Company itself was in no danger... Arm of Power... Ja... Trotzdem Casualties... Und der Captain Maxon... Hat eben dann diese Lost Hills Bunker besetzt... Und da wurde eben... Research Facility destroyed... Und da ging es dann um die... Military Base... Also die Brotherhood of Steel ist... Bestand ab... Also der FEV Research... War zuerst im Klo... Wurde dann in die Mariposa Base verlegt... Da sind dann... Ist dann die Brotherhood of Steel von dort weggezogen... In die... Zu den Lost Hills Bunkers... Und hat mehr oder minder die Verteidigungssysteme... Zivilisten bei der Military Base zurückgelassen... Die dann in die Hände von Richard Grey gefallen ist... Also dieses Audio Diary... Wenn sich jetzt... Bonuspunkte... Der Richard Grey ist der Companion... Vom... Vom Herald... Also... Herald der Mutant... Also... Also... Als die Mutationen begonnen haben... Sind der... Richard Grey und der Herald... Die an diese Basis rein... Herald ist dann irgendwann mutiert... Draußen aufgewacht... Und Richard Grey... Ja... Der ist zum Master geworden... Also... Man sieht... Er hat sich aus dem... Aus dem... Wett getrackt... Und der weiß auch noch... Weiß auch nicht... Was mit Herald passiert ist... Die anderen sind tot... Roboter... Von denen war nicht so viel über... Also... Der hat dann die... Einem Computer die Roboter deaktiviert... Und beginnt zu mutieren... Bubbling... Mucus... Hat gemeint... Er kann wieder gehen... Was sind wir... 44... Also... Nach einem Monat... Okay... Und er hat irgendwas gefressen... Das durch die Basis rennt... Der Tendril Stomac... Also der mutiert nämlich wirklich vollkommen... Der wird zu irgendeiner Form von... Assimilation... Mehr so wie das Ding von den... Carpenter Filmen... Aber er wird auch intelligenter... Und da beginnt er das Problem... Und der beginnt dann selber... Diese Tipping Experimente... Zu machen... Und da kommen auch übrigens... Die Centaurien raus... Weil er... Wie der Text beschreibt... Verschiedene... Animals auf einmal... Oder diese Floater... Müssen irgendwie raus... Entstehen... Ich glaube von mutierten... Mutierten... Flatworms... Oder sowas... Ja... Das sind vor allem auch die... An denen der FEW... Am Anfang getestet wurde... An den Flatworms... Okay... Und er frisst alles... Um Unity zu erreichen... So... Unity... Unity... Und da kommt der erste... Mensch rein... Und den hat er aufgefressen... Und... Also mehr oder minder... Seinen Verstand hat zu assimilieren... Okay... Der beginnt aus dem FEW zu verstehen... Weil er einen Neuralink... Zu den Computern gewachsen hat lassen... Und explodiert er sich selber... Und da beginnt er dann... Eben Mutanten zu... Äh... Erschaffen... Und er hat auch diese... Diese dummen Super Mutanten... So... Und da hat er jetzt... Ähnlich wen gefunden... Der... Also mit weniger Background Radiation... Vernünftiger geworden ist... Das war dann vermutlich der... Lieutenant... Ja... Der oder ein Lieutenant... Genau... Unifying Diversity... We have trained them to continue the work... Und da geht er eben... Weiter runter... Have stopped increasing yourself... At the Unification Center... Genau... Also das ist das... Was der in der Militärbasis zurückrennt... Und dann gibt's noch... Das ist noch eins von Maxen... Also zum Auszug aus der Basis... Und der hatte da den Colonel... Gebraucht... Okay... Genau... Und der hat zum Beispiel auch... Die Leute exekutiert... Die diese FEV-Sachen gemacht... Und ich nehme an... Da haben sie dann mit Menschen... Experimentiert... Und deshalb hat der Maxen gesagt... Das machen sie nicht... Äh... Irgendwann spät ist... Zugefügt worden... Dass sie am Anfang an... Chinesischen... Kriegsgefangenen... Experimentiert haben... Und dann später... Tatsächlich an US-Bürgern... Mhm... Also dann an... US-Sträflingen... Und dann an normalen US-Bürgern... Und das ist am nächsten dann... Zu viel geworden... Wann war nochmal genau... Der Apocalypse Day... Weil... Äh... Irgendwann Oktober... 77... Ja genau... Also während der im Prinzip... Eine... Im Prinzip eine... Also... Gemutiniert... Hat... Also einen Aufstand gemacht hat... Er hat im Prinzip gewartet... Also im Prinzip... In den Tagen... Wo er den Aufstand gewagt hat... Und desertiert... Kommt keine Antwort... Weil... Also am 23. Weil sie es schon drauf scheißen... Weil sie eh schon die Bomben fahren wollen... Was an dieser Stelle schon den Grundstein dafür legt wird... Ist es... Es war eh alles geplant... Länger... Weil... Wenn sie das ignorieren... Davor... Weiß ich nicht... Egal... So... Research Center... Was hit hard... Also da geht es vermutlich um den Klo... Ähm... Okay... Die haben die Familien reingebracht... Irgendwer geht... Outside... Radation has not spread this far... Power Armor... Blablabla... Ähm... Die haben scheinbar alle Scientists gekillt... Und jetzt verlieren sie die Basis... Um zu Lost Hills zu gehen... Also... Die Military Base ist sehr entscheidend... Und ich denke mir... Wenn die bei Fallout 1 Zeit gehabt hätten... Das Spiel noch... Also da diese Locations noch mit ein bisschen mehr Leben... Und Details zu füllen... Oh oh... Äh... Unity... Unity... Experimentation... Holding Cells... Ich glaube das da oben ist... Ich erinnere mich... Waage... Also... Irgendwann alles was später mit Cthulhu und sonst einem Setting kommt... Es gibt... Äh... Himmelflash und Computer... Nice... Ah... Ah... Wir müssen glaube ich den Skill anwenden... Den wir nicht haben... Oh... You find a dead... Also wir haben jetzt gerade die Location gefunden... Von der Militärbasis... Success... Ja... Also hier wird es dann ein bisschen funky... Was... Ui... Schmerz angeht... Ui... Gegen Plasma sind wir nichts... Wir haben keine Steambacks genommen... Hehehe... Okay... Jep... Also... Das Spiel verwendet dann später... Ich meine manchmal hat es diese Anfälle mit so... Cthulhu, Arkham Horror Sachen... Nicht viel, aber doch... Äh... Da frage ich mich aber eher... Weil wenn wir den richtigen Charakter looten... Sollten wir eigentlich eh schon was bekommen... Was... Da... Auf was wichtiges hinweist... Und zwar auf... Psychic Abilities... Genau... Oh... Plasma... Ist schmerzhaft... Mhm... Ach... Passt... Oh nein... Passt... Und da waren es nur noch... Drei Followers... Ich sage mal so... Es ist nahezu unmöglich... Dass irgendwer von denen... Das Ende vom Spiel überlebt... Das geht dann in Follower 2... Wo du die Leute... Equipen und zurücklassen kannst... Uh... Wie... Follower Scout hat wild sein Schaden gemacht... Der Mad Scientist... Hat das weniger... Vielleicht... Vielleicht... Sollten wir auch auf die... Ding wechseln... Ich gehe aus der Schusslinie... Ganz ehrlich... Vor allem... Man greift natürlich den in Power Armor an... Als allererstes... Ja... Mit unseren Fäusten... Hat unser... Ja... Ja... Wow... Impressive actually... Das war ja Marksmanship... Ich habe trotzdem Angst... Ja... Fall back... Fall back... Into den... Ha... Into den Mutant... Hat er keine Munition mehr? Ich weiß es nicht... So... Ich kümmere mich um den Hinterren... Das waren jetzt wir, oder? Yep... Bei... Ja... Criticap is... Bypassing Armor... Da hat mich jetzt... Der Paladin hat mich jetzt gekillt... Sehe ich das richtig? Nein, das war der Super Mutant... Okay... Dann ist alles gut... Ah... Ja... Ja... Also... Ohne... Ohne Begleiter mit der Robe... Könnten wir das hier infiltrieren... Weil dann... Glauben die man ist ein Follower... Und alles ist gut... Ja... Nur fürs Protokoll... Hier... Wie viel der Tod war das jetzt? Wir müssen uns 50 annähern... Äh... 47... Tod 47 war das... Schaffen wir noch die 50... Schaffen wir... Repair war 8... Wait... Können wir das seienzen? Lol... Äh... Ich glaub die haben... Explosive Callers gehabt... Jetzt wirst du sie nimmer finden... Well... Ich glaub das sind nicht die... Um die es geht... Ich glaub das sind die... Special Ones... Special Ones... Wir nehmen den Rücken zu... Und äh... 360 no-scopet uns hier... Zeig mir wie man... 360 no-scopet... Ich hab einen Gatling Laser... Ich brauch keine... Immer auf die kleinen... Player Characters... Hm... Einen Schuss... Überleben wir noch... Also können wir auch hergehen... Tuck Tuck Tuck... Die Plasma Rifles sind wirklich... Schmerzhaft... Ja... Hm... Dass die Lebenspunkte rauf und runter... Scrollen müssen... Ist ja auch mühsam... Ok... Was mir getroffen... Man kann ja hier... Man kann ja hier... Man kann schon den Kampf speichern... Oder? Ich tue sie die ganze Zeit nicht... Weil ich es von den anderen... Forward Dings es gewohnt war... Ja? Du kannst denn jeden... Forward Teil... All dem Kampf speichern... Na... Du kannst es glaube ich... Bei den neuen nicht speichern... Wenn die Gegner direkt... In der Nähe sind... Oder? Ich werde es hier... An Flankenmanöver machen... Während... Das Flankenmanöver... Funktioniert nicht sonderlich gut... Ah... Na... Das waren übrigens... Die Prisoners... Und... Die explodieren immer... Ok... Dann ist es ja egal... Wo kriege ich dann... Wem klaue ich dann... Wem klaue ich dann... Als Antipsidin? Ah... Die finden wir... War schon auch noch... Dank... Ähm... Wie stabil sind die bitte? Nicht immer... Viel... Ja... Mehr solche Hits... Das wäre schön... Und den dann vielleicht... Noch Schaden machen... Ein neuer Gamecrash... Und wir sind... Wieder da... Ich glaube... Diesmal gehe ich da raus... Das Spiel ist echt... Unser größter Freund... Direkt... Nach dem Typen mit dem... Plasma Rifle... Also man merkt eigentlich... Also ohne Power Armor... Wären die Fights schon... Hä... Sehr schwer... Zu schaffen... Okay... Ich habe ein bisschen Schaden gemacht... Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend gerade... Darf ich die Eye noch verstehen? Da wird Penny Hill mäßig im Kreis gerannt... Anstatt... Aber Speicher muss ich da... Hauptsächlich... Damit die... Damit ich die Spielcrash... So ausgleich... Ja... Der Text passt... Now you die sagt... Ja... 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 Haben wir mit Laura geredet? Nein... Und wieder ein Crit... Wer uns durch den Armor durchkilled... So... Ah... Dass der Fight ausgebrochen ist... Oben... Ich glaube wir haben Laura... Ziemlich sicher getötet... Oder sie stand da vorne... Und haben sich mitgekriegt... So... Okay... Alter... Das ist ermühsam... Armour-Piercing-Plasma-Creed... Wunderbar... Nachdem die Plasma Leute die Gefahr sind... Schieße ich ganz ehrlich... Hauptsächlich auf die... Das ist immer was es ausmacht... Wenn man... Öfters in der Runde schießen kann... Das ist ein Eier... Defend the Settlement... Aha... Eindeutig... Das ist ein Eiertanz hier... Du meinst... Weil wir... Alle Eierköpfe sind... Jetzt kann ich nicht einmal schießen, wegen irgendwas. Er merkt halt auch, die Follower-Scouts haben einen nahezukönnen Wert und Crack-Assault-Parodyn heilt der pro Runde oder sowas. Nein, der hat den Steampack genommen, oder? Ja. Ganz ehrlich, ich beginne erstmal zu speichern, weil ich nicht das Ganze wiederholen will, weil ich uns random Creeds ans Spiel abstürze, die ganze Zeit umbringe. Nice. Der Endkampf wird schon interessant genug sein. Gut. Ja, jetzt tut wenigstens ja den Armour-Pier-Sinkret abkommen. Was? 73, wie geht das? Die Runde muss ich auch wieder heilen. Irgendwann lässt man aus Versehen alle Steampacks fallen und bin nicht froh, dass die auf dem ersten Slot sind. Und der belästigt sich dann nach hinten so auch. Wie steht es da? 116. Okay, der nimmt seinen Hammer wieder auf. Ah, cool. Wie steht eigentlich vier Steampacks auf einmal, ja. Auf einmal was soll man machen, wenn die Gegner halt in der Range sind, dass sie einen mit einem Hit töten können. Das ist... All diese Fights, wenn einer was Falsches würfelt, ist man tot. Das ist ein bisschen... Jetzt bin ich wütend. Und ich bin Friedsfan Dunkel. Haha. Wir können das natürlich durch A-NG bis zum G nicht mehr, aber das ist halt sehr viel wert jetzt. Einen Plasma Rifle Dude rauszunehmen, ja. Man sieht auf der anderen Seite, wenn die mächtigen Blows ausgetauscht. Ja, und so kann es auch gehen. Und manchmal stellt man sich direkt davor hin, macht 500 Schaden, zack. Ich glaube, da wäre sogar der Endgegner tot, wenn wir das machen. Ja. Und der ist deppert zwischen zwei Miniguns zu laufen. Ich meine, was soll man dann machen? So. Paladin ist out of Minigun Ammunition. Nein, es stirbt aber nicht so. Aber man sieht doch, wie random die Kämpfe sind. Seit... mehr Rollenspiel. Okay. Kann der ja wenigstens irgendwie Munition aufnehmen, der Paladin? Weißt schon, was wir tun können. Ah, eben Munition an den Inventar stehlen. Ich bin versucht, ihm die Super-Steampacks wegzunehmen, aber... You know. Wenigstens ist das Spiel so gescheit und ist so... Ah, es handhabt sie sogar als NPCs, gut. Ja. Also man merkt, bei NPCs kriegt man dann keine XP fürs Stehen. Also... Das war eigentlich eine ganz nette Variante bei Fallout, dass sie sagen, dass Stash kann irgendwie... Oh. Sorry, was wolltest du sagen? Ja. Das... Ich hab auch in einer Info gelesen, wie man am besten die... äh... mit den Companions Inventory Management betreibt. Und eins und zwei. War das Winz? Du kannst ihn... den Companions einfach alles handeln, aber wenn du von ihnen was zurücknimmst, stehlen. Ja, weil es schneller ist, genau. Ja. Ist das nicht im späteren immer noch so? So, aber es waren alle Guards erledigt. Die Leute sind uns wurscht. Da gibt's vielleicht noch Steam Packs und... keine Ahnung was. Es wäre so schön, wenn die 25 XP hier noch einen riesigen Unterschied... Ja, danke. Wenn man das wenigstens den Allies geben könnte. Also wenn man sagt, man könnte jetzt zum Beispiel seine... toten Follower hier auch armieren oder so. Warum nehmen wir's mit? Weil wir's können. Und nicht, weil's gut ist. Und nicht, weil's gut ist. Wird ein besserer Ort. Da muss ja ein seiner... Wir nächsten sperren die... Wir nächsten sperren die... Wir nächsten sperren die Super Mutanten drauf, alle ihre Dinge... ihre Spinde zu. Wir müssen beginnen... Lass uns zitieren. Ja, stimmt eigentlich. Wir planten eh niemanden. Gibt's nicht irgendeine Stelle, wo man den Sprengstoff... Es gibt im Fallout 2 gibt's ein paar Stellen, wo man tatsächlich Sprengstoff braucht. Theoretisch kannst du auch so hergehen und ein paar NPCs... So, jetzt sprechen wir hier mit den... seltsamen Gestalten. Gideon... Jason is a living god. Only the nullified may pass. Who is Jason? Jason, who is Jason? Yeah, I use the experiments I'm looking for. Flagging. Substantial development. Communication now. End of death. Huh? Wicuum. Wicuum. Completely loser. Is wearing a crown. Lucy. Wearing crown. There's no place like home. No place like home. No place like home. Pacing back and forth. What about this place? Isn't this your home? My home is really here. Yeah, it's here. This is my home. So it jumps up and down. I'm so happy. I can't wait if I'm happy this makes me. I think I'm gonna punch the wall forward. That it's no place like home is übrigens from Wizard of Oz. I know. So. Aber für die Zuhörer. Moo. Scruffy. Very crowded. Asfalture run red. I will crush. Ich glaube, wenn wir die ganze Leute nicht umgebracht hätten, hätten wir Backgrounds für den Experimenten gekriegt. What are you talking about? Only the powerful can pass, but they might be kept for passing. But I have to see the master. Gideon. Gideon speaks the way. Stop the motor. The master can pass. Can you show me how exactly? Äh, ja. Gideon. Okay. Ich habe seinen Verdacht. Das sind die Crowns, die sie haben. Ein Psychic Nullifier. Hm. Also ja, diese Leute, wenn man als Protokoll liest, die haben Psy-Fähigkeiten, was halt die Fallout-Lore vollkommen... Naja, aber an dieser Stelle haben sie es geprägt. Sie haben einfach gesagt, ja, haben alle Leute Psy-Fähigkeiten. Ist halt so. 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 Ja. Das nächste Level ist technically das letzte, auch wenn es dann noch eins mehr geben kann. Das heißt, es ist die Zeit, dieses Pen-Ultimate-Video zu beenden, um uns auf das Ultimate vorzubereiten. Wir sehen uns dann in der wahrscheinlich letzten Folge von Fallout 1. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal.